servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben gestern abend in einem 10.2 komplett video ja schon mal die angekündigten features des neuen patches angeschaut in diesem video geht es noch mal um die neuen t sets mittlerweile wurden für alle klassen eine preview veröffentlicht die wir uns jetzt anschauen können und ich würde sagen wir starten auch direkt mal rein ich werde zu allen sets auch ein bisschen meine kleine meinung äußern auf den ersten blick ob ich sie geil finden oder nicht was jetzt ganz nicht bekannt ist also es ist nicht hundertprozentig bekannt weil blizzard nicht geäußert hat okay das set gehört auf jeden fall zu der klasse aber man kann aufgrund der optiken a sehr stark davon ausgehen und was nicht bekannt ist welche variante diese farbe gerade ist also ob das jetzt hier rechts mythisch normal hc ist wissen wir noch nicht aber wir haben auf der linken seite vermutlich das hexenmeister set welches ich sehr sehr geil finde by the way richtig schön fieser look ich finde auch die farbvariation richtig richtig geil normalerweise war ich mit grünen sets immer so ein bisschen ich finde hier in dem fall passt richtig richtig gut auch mit diesen orange roten akzenten in der mitte ist hunter wo ich noch nicht so ganz weiß was ich davon halten soll also ich finde da sieht es bescheuert aus vielleicht liegt das aber auch einfach nur am worgen weil keine ahnung das erinnert mich so ein bisschen an eine action man figur von früher wo du irgendwelche rüstungsteile einfach nur dran geklipst hast die einfach nicht dazu passen weil jetzt einfach super viel freie haut und so weiter sieht bisschen blöd aus aber vielleicht an anderen völkern sieht es mit unter besser aus dann haben wir hier mönch das würde ich gerne meinen anderen farbvarianten sehen die schultern finde ich sehr sehr geil mit diesem kranich da oben drauf also das hat irgendwie was ansonsten würde ich sagen ja der kopf könnte ein bisschen cooler sein aber hat ein paar ganz nette ansätze dann haben wir hier krieger finde ich nicht schlecht erinnert mich aber ziemlich an ich weiß nicht mehr aus welchem rate das war vielleicht könnt vielleicht wisst ihr es auf die schnelle aber an irgendein set erinnert mich das brutal vom kopf her und von den schultern mir fällt nur gerade nicht ein welches ist nicht schlecht aber ja ja und hier eines meiner absoluten lieblings sets priester das ding sieht super geil aus finde ich die farben sind nice die rüstung als solches sagt von a bis z priester und weiß nicht das ist für diese klasse würde ich sagen ein fast schon perfektes set habe ich wirklich gar nichts daran auszusetzen und auch wenn ich nicht priester spiele aber für mich ist es eines der schönsten sets seit langem und das soll jetzt nicht heißen dass die anderen sets alle müll waren die troiden sets haben ja in diesem addon beispielsweise auch alle gefallen bisher aber das ist noch mal eine extra klasse dann haben wir jetzt von links nach rechts todesritter schamane und dämonenjäger todesritter ebenfalls schockgüsel richtig nice auch der farbton hier wieder weil ich habe eigentlich auch da nichts dran auszusetzen schultern geil kopf geil das sieht halt so richtig schön fies und brutal aus und passt auch hier wie ich finde perfekt zur klasse schamane finde ich auf den ersten blick auch nicht schlecht würde ich aber auch gerne an einem anderen volk sehen beispiel an einem orc oder so wo dann vielleicht auch die schuhe geschlossen sind hat denke ich potenzial dämonenjäger finde ich an und für sich auch nicht schlecht nur gefühlt sieht irgendwie jedes dämonenjäger set gleich aus finde ich weil ich das kopfteil sehr geil finde ich mal gespannt ob das wirklich so bleibt dass dann dein hals und kopf einfach nur so eine grüne flamme sind hat irgendwie was aber wie gesagt ich finde die könnten ein paar bisschen abwechslung irgendwie vertragen ich wüsste aber auch nicht wie es besser machen sollte und dann haben wir hier noch paladin druide und magier wer jetzt gezählt hat dem wird aufgefallen sein dass wir nur elf specks oder elf klassen müssten es gewesen sein ich hatte auch leider nicht unendlich zeit bis alles aufgetaucht ist uns fehlen noch schurke und evoker dementsprechend die werden wir irgendwann in irgendwann einer form noch mal nachreichen aber jetzt paladin druide magier ja paladin bin ich so ein bisschen hin und her gerissen konzept der schultern finde ich sehr interessant mit diesem schwer drauf das ist wieder auch so beispiel so fall das hätte ich gerne an einem etwas breiteren char gesehen oder an einem male human weil ich glaube da könnte es echt nicht schlecht aussehen so ist es mir fast ein bisschen schmal aber ist okay ist okay druide finde ich ziemlich nice auch hier wieder ein set welches mir gut gefällt die farbvariante ist sehr geil dieses angedeutete federkleid finde ich sehr geil und die schultern kopf finde ich sehr sehr nice das magier set ist meiner meinung nach eines der schwächsten weil ich die anderen sets sehen teilweise wirklich echt opulent aus und das magier set wirkt so ein bisschen als hättest du das in der level 35 starter zone in varsir zusammen gesammelt also es passt zwar farblich zueinander aber der rest sieht aus als hätte ich jetzt alle items die ich gerade frisch bekommen habe zusammengewürfelt und da fehlt irgendwie dieses spektakuläre vielleicht wisst ihr was ich meine aber die das gefällt mir tatsächlich nicht so aber ansonsten alles in allem wenn ich mir das noch mal so durchschaue einige sehr sehr schöne sets dabei denke da können wir uns drauf freuen hexenmeister geil priester geil todesritter geil schamane könnte ganz geil werden da bin ich auf die klasse gespannt ruide finde ich geil und so richtig schlecht finde ich persönlich eigentlich nur den magier beim hunter müsste ich es mal einem anderen char sehen und beim krieger finde ich langweilig aber nicht unbedingt schlecht nun denn das sind die t-sets alles in allem gute sache ich finde ich bin immer noch sehr sehr froh dass sie die mit dragon flight wieder reingebracht haben finde ich gibt einfach so viel so viel mehr individualität den eigenen einzelnen klassen nicht nur vom aussehen auch die set boni finde ich super super wichtig macht einfach spaß damit zu spielen in den meisten fällen also ja ich bin angetan würde ich sagen schreibt mir eure meinung in die kommentare und welches set euch am besten gefällt damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und rein gehauen